Weil, ich sag mal, ich bin immer noch der Meinung, ähm... Ah, guck mal hier. Das haben wir noch nicht. Ich bin gerade der Meinung, Wüste kann halt extrem langweilig sein, ne? Also Wüste, wenn wirklich Wüste immer nur wie Wüste aussieht, ja, äh, wird das nach 1-3 Leveln total öde. Aber man hat sich ja echt Mühe gegeben, da ordentlich was rauszuholen. Und ich meine, du hast ja in jedem Level irgendwas anderes, ne? Also, mal hast du irgendwie neue Mechaniken, mal hast du wirklich so neue, neue Gebiete. Ich meine, was hatten wir alle schon, ne? Wir hatten jetzt schon ein Unterwassertempel, wir hatten einen griechischen Tempel. Ja, wir hatten ein Zug-Level. Ich meine, wie geil war das denn, ne? Also deswegen, das Zug-Level hat mir ja so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ey, ich mache ein Custom-Level dazu. Wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Custom-Level sein. So, und da kommen bestimmt Stacheln raus. Dachte ich mir. Dachte ich mir. Okay, also dieser Boden-Dinger. Okay, langsam... Langsam rumlaufen bringt auch nichts. Also das müssen wir entweder, wenn dann, schon irgendwie deaktivieren. Ähm. Eigentlich würde ich gerne den Käfer, ne, nicht Nell. Guck mal da, auf dem Boden. Da ist doch ein Loch. Bist du dir seht? Lara? Oder muss ich an der Seite stehen? Bist du dir sicher, dass ich hier, dass ich einführen soll? Ja, das sieht für mich echt aus, wie gut, äh, steckt den Käfer da rein und dann wird das deaktiviert. Als ob das nicht klappt. Obwohl, von der anderen Seite ist da auch noch ein Käfer, ne? Für das. Kann ich durchrennen? Also jetzt, äh, ich will jetzt gerade ein bisschen Anlauf durch. Kann man ja mal probieren. Oder einfach so ein schöner, galanter Kopfsprung. Yippie! Okay. Ich glaube nicht, dass das, äh, die Lösung des Problems ist, aber. Ne, ne. Da müssen wir vorher noch irgendwas anderes machen. Also. Auf jeden Fall. Merken, hier unten ist irgendwie ein Käfer, den man da reinstecken kann. Oder wahrscheinlich irgendwas wird man da machen können, um diese Dinger zu deaktivieren. Also. Das wird ja nicht umsonst sein. So, hier oben war ich, glaube ich, schon, ne? Oder war ich hier? Ja, das war der Geburtskanal da hinten. Ja, das sehe ich. Ähm. Ach, kommst du plötzlich her? Na gut, das ist vielleicht ein bisschen vertrieben. Komm her. So. Ja. Ähm. Ja, warum hat man ab? Puh, kann ich das hier wegschießen? Oder. Kann ich das auf einen Sturz bringen? Kann ich mich da so dran reiben? Kann auch sein, dass wir erstmal gar nichts mehr machen müssen, tatsächlich. Ne. Ne. Geht nicht, Ne. Vergiss es. Ne. Ne. Die Lara Kroft. Lara, warte, das wollte ich aber nicht machen. Ich wollte nochmal auf den Balkon. Haben wir uns echt schon alles angesehen? Das ist eine gute Frage. Also, da unten ist noch eine Holztür. Ja, kann wirklich sein, dass wir, ich meine, in den Hauptraum gab es ja zwei Abzweigungen. Einmal jetzt hier in Klee-Obertras Palast und dann nochmal in die andere Richtung. So, hier ist ein Holzturm. Das können wir nicht öffnen. Wahrscheinlich geht es irgendwann noch tiefer in den Palast hinein. Davon gehe ich mal aus. So, deswegen würde ich jetzt echt mal gucken, ob wir jetzt wieder zurückgehen. So, da unten war'n wir schon. Da haben wir ja... Da ist mal hinten den... Zerbomben. Ich glaub' nicht. Ich glaub' so rabiat ist das... Ist das nicht. Ja, wo ist das tun? So, da ist nämlich auch noch. Guck' mal. Jetzt haben wir schon wieder das. Ach komm, wir machen das mal ein bisschen. Ist denn das überhaupt? Iiiiih. Was ist das für eine Mutation, ey? Gott. Ist ja ekelhaft. Jetzt hier gibt es nämlich drei, äh, drei Treppen. Wahrscheinlich müssen wir uns jede Treppe uns einmal anschauen. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir... Ey, wir waren doch gerade. Äh, Moment. Schlechte Orientierung. Das war... Da sind wir gerade hergekommen. Du findest es schön, ja? Iiiiih. Iiiih. Aha, jetzt sieht mal einer an. Was geht denn hier ab? Das ist jetzt auf jeden Fall kein neues Gebiet, aber... Ja, wieder ordentlich... Yes. Wieder ordentlich Medikits. Ja, genau. Ballert mich schön voll hier mit, äh, mehr Schrubflinten-Munition, die ich nutzen kann. Habe ich kein Problem damit. So. Irgendwie macht das Spaß ja, die hier immer so mit einem Headshot dazu erledigen. Ah, sieh mal einer an. Eins. Zwei. Drei. Vier Stück. Okay. Da unten ist auf jeden Fall einer, oder? Würde ich mal behaupten. Wir sollten uns beeilen. Die Flammen werden gleich das Ding hier anzünden. Oh. So, zweite Brechstange. Das war knapp, ne? Aber wir haben uns nochmal gut... Oh, nee. Ekelhaft. Wo kommen denn die jetzt? Oh, nee. Ich mag die überhaupt nicht. Die sind eklig. Iii. Ja, Iii. Richtig Jogi-Biene. Ist nicht schön, ne? Möchte man jetzt nicht unbedingt haben. Also was ist besser? Feuer tot oder von SKA-Bien zerknabbert werden? Das ist die Frage aller Fragen, ne? Äh, Lara? Was du da? Lande da, wo ich lande. So, jetzt. Hui. Die kommen nicht hoch, oder? Doch, die kommen hoch. Ekelhaft. Ich kotze. Oh, jetzt nerven die für die ganze Zeit, oder was, ne? Oder... Ne, die da bleiben und dann doch hängen, okay. Aber gut, das ist ja sehr praktisch. Jetzt haben wir scheinbar hier überall... Jetzt haben wir jetzt dreimal, oder was? Ja, wo sind... Zerbrochener Käfer? Zerbrochener Käfer? Oh, zerbrochener Käfer. Ja, das ist schlecht. Ich hoffe, das reicht aus. Also, wenn ich das... Mach's weg. Schnell, schnell. Lara, Lara, Lara. Lass dir nicht so viel Zeit, bitte. Es geht ja um Leben und Tod, ne? Okay. Okay, das zerbricht jetzt alles. Das ist natürlich sehr ungünstig. Wenn man Medikett nehmen, dann wahrscheinlich gleich die nächsten Käfer rausfloppen. Die haben wahrscheinlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende weg den Skalberus von Insta fressen. Der ist zum Beispiel nicht kaputt. Ah, siehste. Hier kommen keine. Schön. In Ordnung. Ich will sie auch nicht haben. Ich will sie nicht in meinem Leben haben. So, jetzt haben wir schon den dritten Käfer. Den Käfer. Hepp. Hepp. Hup. Daran müssen wir auf dem ganzen Springen irgendwann die Schenkel wehtun, oder? Da komm, ein Loch haben wir noch. Und dann dürften wir... Dann dürften wir eigentlich alles haben, was wir haben möchten, oder? Ich könnte auch hier einfach hochklettern. So und so geht es nicht auch. Elvis? Ekel. Ekel. Lara, mach schnell. Beeil dich. Ach ja. Okay, ich verstehe. Es gibt also... Oder? Dreimal schwarzer Käfer, ein zerbrochener Käfer. Ach so. Na, das ist natürlich ungünstig. Es gibt also in diesen... Gebieten scheinbar mehrere Käfer, die zerbrochen sind und die gut aussehen, oder was? Das ist natürlich blöd. Das ist ja ekehaft. Was war das denn gerade? Was haben die denn schon denn für Mechaniken gehabt im alten Ägypten? Was ist denn da los? Zwei. Na, jetzt gehen uns nämlich die Käfer aus. Also... Müssen wir wahrscheinlich jetzt überall nochmal hin und uns wirklich die... Na gut, das war jetzt Schwachsinn. Äh, ist natürlich jetzt die Frage, was ich jetzt wissen möchte, ist, kommen wir denn überhaupt zu den Gebieten zurück, die wir gerade schon... Okay, also eigentlich ja schon, ne. Das sind jetzt ja... Weiß ich gerade gar nicht. Wir haben gestern erst Abo's Predator gesehen. Na, das ist ja das kaputtes Ding. Das ist ekelhaft. Das brauchen wir gar nicht. Da ist das Ding, was ganz ist. So, dann haben wir ja insgesamt... Da haben wir ja dann noch einen Käfer, der ganz ist, ne. Raute. Was möchtest du mir sagen, Yuki-Biene? Raute. Du sprichst den Rätsel mit mir. Äh. Ich hab extra gesagt, du sollst... Du sollst greifen, Lara. Zwar außer Seele, aber das war irgendwie lustig. Ich weiß auch nicht, oder? Tretest du auch schon so... In so einer Art Schiroklyphel mit mir? So, das heißt aber trotzdem, jetzt kommen die Firmen doch hinterher. Geht weg, ey. Ich bin euch gerade losgeworden. Ich war glücklich damit. Das Feuer kommt trotzdem. Das Feuer kommt trotzdem wieder, oder? Oder? Nee. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich... Also, ich geh mal davon aus, irgendwo hier ist noch ein... Ein Skarabeos. Oder? Oder hab ich jetzt alle hier, wieso hab ich drauf erachtet? Okay, da ist nix. Ich meine, lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig gucken, ne? Das kann ja... Nicht schaden, ob mir doch irgendwo einer... ... in die Wand gestanzt ist. Na, sieht nicht so aus. Äh, äh. Hoppe, 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 hoppe. Obwohl, eigentlich haben wir doch schon alles hier, ne? Also, das ist frei. Das ist frei. Na gut, einer fehlt uns trotzdem noch. So, äh, boah, keine Ahnung, ne? Hier waren wir doch schon überall. Also, eigentlich waren wir jetzt doch überall schon, ne? Das heißt, wir könnten wirklich... Also, meine Vermutung ist jetzt tatsächlich noch, dass wir hier zwei herbekommen haben. So. Und, äh, in dem Hauptraum war es dann noch eine Treppe, die zu einem anderen Gebiet führt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Ich gehe jetzt nochmal auf Nummer sicher, ne? Dass wir jetzt hier irgendwie, äh, Zeit verlieren. Oder irgendwie so, sind wir so irgendwie rumlaufen. Aber, müsste eigentlich so stimmen. Na genau, hier hatten wir den einen noch. Ein kaputter. Skarabeus ist ja... Also, ich habe auch gerade versucht, den kann ich eben nicht einsetzen. An der Pyramide kann man noch nichts drücken. Ich gehe halt stark davon aus, dass wir den, äh, vierten Skarabeus brauchen, um alle vier Seiten eben zu aktivieren. Das ist jetzt mal so meine, meine Vermutung. Le Baguette. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber trotzdem. Einfach Le Baguette. Ja, also ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Also da müssen wir wahrscheinlich wirklich, äh... Also den einen haben wir ja bei Cleopatra letztendlich gefunden, ne? Wo war ich jetzt hier schon? Das Problem ist, für mich sieht das halt alles gleich aus. Ich will nur gucken, hat er der gegenüberliegende Raum auch? Hat er auch hier so eine Schneise zum Hochklettern an der Seite? Nee, siehste. Okay, also es hat nur eine dieser Räume eben, diese zwei Skarabeen. So. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Hauptraum. Und da, wenn wir mal sehen, wie es weitergeht. So, hier ist noch eine Kiste, die wir natürlich zerstören. Und klar, die Ägypter mit ihren alten Uzi-Munitionen. Käpt man ja, ne? Äh, also der rennt immer noch kopflos durch die Gegend. So ein Hühnchen. Wer kennt's nicht, genau. Zum Beispiel... Ah, nee, das ist ungünstig. Cleopatra? Bist du das? Die Tür ist zugegangen. Nein. Hilfe. Tu mir nicht weh. Bitte. Ich bin auch ganz lieb. Kann ich hier auch besteigen? Nee. Jetzt macht der Lahrung mal so gerne irgendwie Statuum besteigen. Aha, sieh mal einer an. Ich hab's doch gesagt. Hier haben wir unser Skarabeen. da ist bestimmt ein richtiger und falscher dabei und bei meinem glück ist das wahrscheinlich der falsche richtig ist der richtige hey aber natürlich kriegen wir wieder unser besuch unseren tollen besuch hier kommen wir jetzt wenigstens wieder raus die geile musik kommt hier irgendwas an außer dass ich ich mag die musik total ganz ehrlich ich glaube das ist einer meiner lieblings tracks von dem spiel weißt du das es hat irgendwie so ein bisschen was was keckes ich weiß nicht so ein bisschen ich weiß nicht das hat was cooles also hat was cooles und das passt auch so zu lara so haben wir jetzt alles gedrückt ist jetzt hier offen das brett immer noch nicht haben wir irgendwo ein dings übersehen wo bin ich denn irgendeine gefährliche spalte gefallen oh man ey geh doch mal weg lass mich doch mal in ruhe gucken ich muss jetzt okay ich muss da hochklettern wahrscheinlich könnt ihr auch einfach hier hochklettern und an der seite oder ist interessant an der seite kommen die nicht hoch aber hier können sie wahrscheinlich ja aber fallen trotzdem wo auch immer die jetzt herkommen ich bin fast tot ey geht weg ihr ekelhafte viecher ihr seid ekelhaft keiner mag euch ihr seid ekelhaft wirklich das ist nicht schön ich habe eine vermutung was wir jetzt machen müssen wahrscheinlich so einen komischen sprung ja oh gott was ist das denn das wie soll ich das denn schaffen warte mal so so und so wow ey was ist das hier nicht schlecht oder was haben wir denn jetzt hier oh was ist denn das jetzt wieder irgendwie der weiß ich nicht Aufzichtschlüsse ach so ich dachte da ist ja wieder irgendwas von Pharaus vielleicht der der wie soll ich sagen hintereingangsstöpsel ne sagen wir es mal so hätte ja sein können also Pharaus der war schon gut dabei sagen wir es mal so wie es ist ja so ein Aufziehschlüssel das ist ja wunderbar den brauchen wir wahrscheinlich um das ding zu aktivieren erstmal ich habe die vermutung du hast es ja schon richtig erkannt Jukibine denke ich mal dass das diese Pyramide die wird wahrscheinlich irgendein Mechanismus sein jetzt haben wir alle vier Skarabänen drei haben wir schon eingefügt einen müssen wir noch und dann können wir das ding aktivieren spannend hast du nicht gesehen was mit deinen Kollegen passiert ist du willst es jetzt drauf ankommen lassen äh äh Lara äh ähm warte ich treffe nicht du Stück so jetzt aber meine Güte oh schwere Geburt hier ich finde alles spannend und toll das klingt irgendwie so sarkastisch wenn du das so schreibst ich finde es wirklich spannend gerade also es ist irgendwie gefällt mir ganz gut hier dieser ganze Bereich finde ich echt ziemlich cool so steck mal rein und hier vielleicht kommt noch Werder heraus wahrscheinlich übergreif da einfach rein alles gut Lara geht auch so ne einfach reingreifen das ist immer noch das ist immer so so